Musik Bist du verbittert? Oder vielleicht kennst du jemanden, der zutiefst verbittert ist. Das heißt, also jemand, der, wo du das Gefühl hast, da ist kein Durchkommen mehr. Der hat sich oder die hat sich total eingekapselt und zurückgezogen. Und du kommst emotional an die Person einfach nicht mehr ran. Und der Michael Linden, der hat 2010 war es, glaube ich, ja, ich glaube 2010, einen Begriff geprägt, den nannte er posttraumatische Verbitterung oder Verbitterungsstörung. Und der bezieht das da drauf, dass ein Mensch eine sehr, sehr, ja, als ungerechte Kränkung erfahrene Situation, Begebenheit erlebt hat und dass diese dann im Grunde zu dieser Verbitterung führt. Also diese schwere Kränkung oder mehrere Einschläge, ja, also können auch kleinere, mittlere Kränkungen sein, die dann am Schluss das große Ganze ergeben. Und aus dieser Verbitterung entsteht natürlich Aggression. Und wenn die dann auch nicht ankommt, das ist häufig nochmal so ein Versuch, nochmal rauszukommen, dann geht es häufig in die Gegenbewegung, in den Rückzug, bis hin zu Depressionen und dann wirklich Vermeidung und starker Trotz. Also wenn jemand dann nochmal versucht, auf denjenigen zuzugehen, dann ist da nichts mehr zu machen. Also es ist eine absolute Unversöhnlichkeit, was möglicherweise auch so eine Art Rache sein kann. Das hängt dann mit dieser nicht ausgedrückten oder nicht angekommenen Aggression natürlich auch zusammen. Und das ist so eine paradoxe Situation. Man ist auf der einen Seite Opfer und auf der anderen Seite ist man dann vielleicht auch Täter. Und wenn sich das nachher koppelt mit einem Gefühl von, eigenem Gefühl von der betroffenen Person, mit Hilflosigkeit oder Ohnmacht, dann geht das häufig in Somatisierung. Das heißt, dann ist diese Person nachher körperlich total belastet. Wenn das aber nicht aufgelöst wird, dann kann es sein, dass diese betroffene Person dann wiederum das gesamte Umfeld mit dieser Psychosomatisierungsthematik dann terrorisiert. Genauso wie sie das vorher gemacht hat. Nur jetzt eben noch darüber zusätzlich. Das ist natürlich auch keine Hilfe. Macht allen anderen das Leben zur Hölle. Aber der betroffenen Person natürlich wahrscheinlich sogar am allermeisten. Das heißt also, wer im Grunde dazu Nein sagt, dahin zu schauen, was einen verletzt hat und das in Ordnung zu bringen oder zu heilen, der sagt letztendlich auch Nein zu seiner Lebensfülle. Weil diese Leute, die sterben häufig wirklich einsam oder sie versinken im Konsum von irgendwelchen Substanzen und töten sich damit langsam auf Rate dann ab. Und das ist schon echt elend. Also das ist wirklich elend, wenn man sowas mit ansieht. Und vielleicht kennst du ja auch die eine oder andere Person, auf die das zutreffen könnte. Und hast vielleicht nochmal jetzt gerade so ein paar Impulse dazu. Kannst du auch gerne unten kommentieren. Wer war denn, also ob dir da jemand so einfällt. Du musst ja keinen Namen schreiben. Kannst du einfach mal so was dazu schreiben. Beziehungsweise hatten wir ja wahrscheinlich alle mal so Phasen im Leben, wo das vielleicht auch mal so eine Rolle gespielt hat. So ein Verhalten. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Liken und Kommentieren und Teilen. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Freiraum Institut. Gerne auch den Kanal unten abonnieren. Bis bald. Ciao.